Schön, dass Sie da sind. Mein heutiges Thema ist Blähungen im Darm und was man mit Hormonen und Metallstoffen dagegen unternehmen kann. Mein Name ist Christine Rosa Tanner und ich bin die Leiterin des Zentrums für Vitalität und Hormonpower. Hormone im Körpersteuer erfasst alles, Gehirnthemen, psychische Themen, aber auch alle körperlichen Themen, eben auch das Thema Verdauung und Blähungen zum Beispiel. Habe ich Blähungen, habe ich keine. Viele Leute geben bei mir eben im Fahrgebogen auch Blähungen an. Thema 1, welche Ursachen hormoneller Art können da Rolle spielen? Zunächst ist es das Thema Schleimhäute vom Darm und da spielt das Estriol eine große Rolle. Nebst Gelenke und Knoblaufbau ist das Thema Schleimhäute im Körper ein ganz wichtiges Thema und Aufgabe vom Estriol. Schleimhäute sind überall. Augen, Nase, Mund, Hals, dann eben Magen, Darm, Vagina, Prostata. Und damit der Verdauungsapparat gut funktioniert, muss ein guter Wert von diesem Estriol im Körper hormonell da sein. 30 wäre ein optimaler Wert und die meisten meiner Leute haben unter 5 und leiden dann als Schleimhaut mäßig an verschiedenen Themen. Das zweite bei Blähungen ist, dass das Muskelhormon Testosteron auch gut arbeiten muss. Muskeln sind zum Beispiel im Herz, aber auch im Bereich des Darms, damit eben was vorerst geht. Und Testosteron muss ein guter Wert sein. Dann aber auch Cortisol, das gegen Entzündungen arbeitet, können ja auch überall im Körper sein und das Hormon, das fast alles managen kann. Das ist das DHA, der Nebenniere, das einen Spitznamen von mir hat. Das heilt einfach alles Hormone. Also die Hormone sollten guten Wert sein. Die tut man bei mir per Speichel testen und dann mit verschiedenen ganzheitlichen natürlichen Maßnahmen in optimalen Zustand bringen. Das zweite Thema ist, welche Vitalstoffe könnten helfen gegen Blähungen. Sie sehen sie dann unten verlinkt mit Informationen und ich nenne sie jetzt einfach mit der kurzen Beschreibung. Das erste wäre eine dreimonatige Kur mit einer guten Qualität an Vulkangesteinserde. Das macht man drei Monate lang mindestens. Und diese Vulkangesteinserde in Kapseln, die holt alle Schadstoffe raus und Gifte raus, was wesentlich ist gegen Blähungen und unterstützt Magen, Darm und Leber in der Funktion. Das nächste sind Aminosäuren. Die acht bis neun essentiellen Aminosäuren, das sind das Basisfutter für alle Hormone und für jede Körperzelle, auch im Bereich Magen, Darm. Und da haben die meisten einen Mangel. Dann weiter ist zum Beispiel Kurkuma. Entweder wirklich wirklich viel damit kochen, essen, muss mit Bio-Pfeffer gemischt sein oder dann konzentriert in der Kapselform. Dann gibt es eine tolle Flüssigkeit als Kur zum Trinken, das Neo-Vital. Und wenn Sie die Vulkangesteinserde drei Monate lang genommen haben, dann wäre es optimal mit Prä- und Probiotika dann den Darm und die Magenschleimhaut wieder optimal ins Lot zu bringen und aufzubauen. Das waren zum Thema Blähungen, was Sie hormonell und mit Vitalstoffen tun können. Gerne können Sie mir ein Mail schicken und Ihre Situation mir schildern, sodass wir dann ins Gespräch kommen. Ich freue mich aufs nächste Video, wo Sie wieder dabei sind und meinen Kanal, den Sie anklicken können und mir ein Like geben können. Ich freue mich auf Sie, Ihre Christine Rosatana.